Moin moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom vom AR-Clan. Heute Call of Duty Modern Warfare 3 Hauptquartier Bro Mission benutzen sie den Stalker extra, um schneller zu sein, während sie auf den Feind feuern. Perfekt! AR-Clan Forever. Ja, es war vor 40 Minuten, da bin ich auf Snipehunter 84 gestoßen, den Lieder von den Hamburger C4 Tiger. Jo, hab mit dem gezockt, der hat mich auch geedit auf meinem zweiten PS3 Account, den ich habe. So, ja, vielleicht edit er mich hier noch, vielleicht können wir dann auch so sagen, damit Snipehunter zocken, den Lieder der HTVTs, ihr Schweine und Fans. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall mal herum, ja, um T5 wird sich im Nacken, im Nacken, im Nacken, ich meine, im Nacken, da hätte ich... Oh, da liegt er, da liegt er, da liegt er, habe ich gar nicht gesehen, habe ihn echt nicht gesehen. So. Gehen wir mal nach oben, nach oben hier. Oh, da ist er, da ist er. Guckt euch das an hier, 200 Punkte Spielverderber. Oh. Guck mal. Guck mal. Perfekt. Perfekt. So. Da vorne haben wir wieder einer. Schalte ich präzise aus. Mit meiner Sniperkunst. Präzisionen wie ein Hänger lege ich am Tag. Oh. Und haben wir dann hier den Achilles 98989 hier. Das muss man sich waren auf Hauptproteter-Zerstörung, alle. So, schau mal hier mal an. Hier, schau mal, schau mal, yeah. Salamut. Der Anarchist schießt hier alle knallhart ab hier mit der P. 99. Fingerhaltigkeit, Bro. Attentator, Bro. Stalker, Bro. Alles in Bro. Ich kann nur noch Bro lesen. Warum nur Bro? Oh. Wann ist das Hauptproteter nicht zerstört? Gucken wir mal hier mal ein bisschen. So, wir haben hier einen. Oh. Hier, das bin ich ja hier. YouTube Gamescom. Ich dachte, ich komme gar nicht mehr in die Lobby. Oh. 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 Das war aber mal relativ knackig. Knappig hier. Der Nico Cool ist auch schon ausgeschaltet. Jetzt müssen wir erstmal weiter hier. Weiter, 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 weiter. Weiter, Mann. Hamburg Seap for Tiger. Mann, Mann, Mann. So, da vorne läuft er rum. Da läuft er rum. Guckt euch mal das an. Das ist mir gar nicht geheuer. So, wenn ich nur einmal tot bin, dann kann ich... Da kann ich auch gegen machen. Da kann ich auf die Hauptpartiode Zerstörung warten. So, da liegt doch irgendwie mein Schicksal. Da falle ich nicht rein auf den Trick. So, Niederlager erzielt. Niederlager erzielt. Punkte damit erreicht. Spielbonus 546 Punkte. Alderdo wurde hier ausgeschaltet. Perfect. Jusenalpander84. Wenn du das Video siehst... Edden mich. Äh, Edden mich. Edden mich, bitte. Jo. Das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Games. Kommt. See you later, alle Gäder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.